Digitale Medien als mobile Wegbegleiter haben sich bei Jugendlichen im Teenageralter beinahe flächendeckend durchgesetzt. Die aktuelle GIM-Studie, die Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland, zeigt, dass 97% der Jugendlichen ein Smartphone besitzen und verdeutlicht auch die kontinuierliche Steigerung im Zeitraum 2014 bis heute. Der Besitz von Computer und Laptop ist hingegen rückläufig. Betrachtet man die Aufteilung nach Jahrgängen, so erkennt man, dass 99% der 18- bis 19-Jährigen ein Smartphone besitzen, immerhin 92% der 12- bis 13-Jährigen. Was die Medienbeschäftigung der Jugendlichen betrifft, so geben 93% an, das Smartphone täglich zu nutzen, das Internet nutzen 89% täglich. So überrascht es auch nicht, dass das Smartphone jenes Gerät ist, mit dem am häufigsten ins Internet gegangen wird. Die fünf wichtigsten Apps entspringen dem Bereich der Social Media. WhatsApp, Snapchat, Instagram, YouTube und Facebook. Im Unterricht wird das Smartphone jedoch sehr selten eingesetzt. Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, das Smartphone werde nie eingesetzt. Für Österreich liefert die oberösterreichische Jugendmedienstudie ähnliche Ergebnisse. 94% der Jugendlichen verfügen über ein eigenes Smartphone bzw. Handy. Auch bei dieser alle zwei Jahre durchgeführten Studie zeigt sich ein kontinuierlicher Anstieg. 73% der Jugendlichen nutzen das Smartphone täglich, wobei auch hier ein Anstieg zu sehen ist. Somit ist das Smartphone auch jenes Gerät, auf das die Jugendlichen am wenigsten verzichten könnten. Von den befragten Jugendlichen steht 94% ein Internetanschluss zur Verfügung. 91% davon geben an, über das Handy oder Smartphone ins Internet zu gehen. Auch bei den Lieblings-Apps sieht es ähnlich aus wie in Deutschland. Wenn gleich hier nach Profilen gefragt wurde, was die Streuung der Ergebnisse zur Folge hat. Auf Snapchat spricht man rein begrifflich weniger von einem Profil, weil hier kaum Einrichtungen möglich sind. Auch YouTube wird zwar genutzt, aber nicht zwangsläufig ein Profil angelegt. Die Wirkung, die Medien wie das Smartphone auf unsere Gesellschaft haben, ist enorm. Wir können immer und überall online sein, verbringen beinahe jede freie Minute am Smartphone, texten oder sprechen mit Freundinnen und Freunden, checken unsere E-Mails, nutzen das Smartphone als Navigationsgerät, als Wörterbuch, als Enzyklopädie oder auch als E-Book-Reader. Wir sind beinahe 24-7 online und auch erreichbar. Wir tracken sogar unsere Fitness. FOMO, the fear of missing out. Die Angst, etwas Wichtiges zu verpassen, hat sich verbreitet. Das Smartphone als Kulturzugangsgerät, wie Lisa Rosa, eine deutsche Medienpädagogin, schreibt oder als Schweizer Taschenmesser mit tausend Funktionen, wie Jöran Musmeerholz, ein deutscher Medienpädagoge, es nennt, schafft Zugang zur virtuellen Welt und damit zu Informationen, deren Einschätzung, Bewertung und Aufbewahrung neuer Kompetenzen bedarf. Wir können Kultur im weitesten Sinne konsumieren, aber auch produzieren. Durch unsere Suchverläufe, durch unsere Follower und Freunde auf Facebook leben wir in einem speziellen Netzwerk, das die Informationen, die uns in den Timelines der einzelnen sozialen Netzwerke zugespielt werden, filtert. Aufgrund unterschiedlicher Algorithmen werden Informationen nach unserem vermeintlichen Interesse ausgewählt. Praktisch, aber auch nicht ungefährlich, wenn man sich nur innerhalb der jeweiligen sogenannten Filterblase bewegt. Gleichzeitig wissen wir nicht mehr, ob die Meldungen auf Facebook oder Twitter beispielsweise von realen Menschen oder von sogenannten Bots, also Programmen verfasst werden. Den Umgang mit dieser neuen Situation und den mit ihr verbundenen Herausforderungen müssen wir lernen. Ein neuer Trend zeichnet sich dabei ab. Jomo, the joy of missing out. Das allgemeine Entschleunigen und Detoxing durch bewusstes Ausschalten des Smartphones wird zum Trend. Wir müssen lernen, mit digitalen Medien und den in ihnen transportierten Informationen umzugehen und dabei auch unseren eigenen Fußabdruck im Netz reflektieren. Welche Daten gebe ich von mir im Internet preis? Gerade als Lehrperson ist man in einem Spannungsverhältnis zwischen Privatperson und öffentlicher Person. Was soll von mir gesehen werden? Was lässt sich über mich googeln? Sicherheit im Umgang mit digitalen Medien will gelernt sein. Safer Internet.at ist hierfür sicherlich eine zentrale Anlaufstelle.